Ich möchte Sie herzlich einladen zu unserem großen Kongress Die Übersinnlichen. Samstag, der 25. März 2017, ist ein Erlebnistag mit Vorträgen und einer Talkrunde. Am Sonntag, ein Tag danach, gibt es Workshops. Da können Sie die Experten, die Medien, die Sensitiven hautnah erleben. Nutzen Sie die Chance und erfahren Sie mehr über die Wirkungsweise des Remote Viewing, des Aura-Sehens, der Medialität, der Intuition. Und lernen Sie sich vielleicht nochmal völlig neu kennen in Meditationen, in unseren Workshops und in all diesen Erlebnisvorträgen. Und wer weiß, vielleicht erkennen Sie nochmal ein ganz neues Potenzial in Ihnen. Also, willkommen! Vielen Dank! 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 Vielen Dank!